In Mitte haben rund 80 Menschen gegen Massenüberwachung und Vorratsdatenspeicherung protestiert. Anlass der Aktion war der internationale Tag der Privatsphäre. Die Demonstranten zogen vom Brandenburger Tor über die Wilhelm- und Dorotheenstraße zur Friedrichstraße und wieder zurück zum Pariser Platz. Aufgerufen zu dem Protest hatte unter anderem die Piratenpartei und das Hacker-Kollektiv Anonymous.